Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Fortnite. Ich habe gestern eine sehr, sehr spannende Neuigkeit erfahren. Und zwar wird es demnächst in Fortnite, da hinten sehen wir es auch, einen dicken, fetten Schneesturm erwarten. Wann genau, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall... Hallo? Tschüss. Äh, es wird auf jeden Fall, ähm, äh, vor Weihnachten noch passieren, also vor der Season 7. Und hier ist gerade noch einer gelandet. Ja. Ja. Da unten rennt der. Ich höre noch einen. Da. Oh Gott, komm schon. Oh, hm. Kein Plan, was der jetzt da baut. Äh. Wo war ich stehen geblieben? Beim Schneesturm. Wie genau stark und so, äh, der jetzt ist, weiß ich auch noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall mit dem, äh, Live-Event zusammenhängen. Und den werden wir jetzt erstmal... Äh, mit dem, äh, mit dem Live-Event zusammenhängen. Ja. Das war es eigentlich auch zum Schneesturm, glaube ich. Noch was? Nee. Äh. Äh, es gibt auch noch, naja, das wisst ihr jetzt bestimmt alle selber schon, die Fortnite spielen. Heute ist ja das, äh, Dynamit reingekommen. Äh, also ich hab's, äh, leider nur ganz kurz mal gehabt. Äh, bin dann, ja, gestorben. Hab's einfach nur mal, äh, 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 weil ich wusste, dass ich gleich sterben werde, äh, ins Haus geschmissen. Also, das ist richtig mega stark. Könnte ich eigentlich schon über Powered zu sagen. Aber, äh, ist auf jeden Fall geil, wenn da sich welche hochbauen, um die dann runterzuschießen. Weil es einfach alles kaputt haut. Ja. Ja. Hab's sonst noch was? Hm. Oh, Gott, backt mir so zu. Oh, nur ein 14er Ping. Hm. Oh. Gibt's noch? Mir fällt nichts mehr ein. Nee, so fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein, außer, äh, mein Onkel, der macht auch, äh, Videos, äh, von Call of Duty und so. Also, wenn er da mal vorbeigucken wollt, da... Und? Nee, das ist keiner. Oder? Nee. Äh. Der heißt, der heißt DK mit dreifach I und E-Y am Ende. Ja, lass gerne noch ein Abo da, würde er sich bestimmt auch sehr freuen. Ja. Ja. Wir haben jetzt mittlerweile schon zwei Kids. Cool. Also, für mich ein guter Start. Ich bin ja eh noch nicht so guten Fortnite. Hä? Warte, die andere wollte ich noch mitnehmen. Aber die nehmen wir auch mit. Ja. Dann wollen wir noch... Ja. Nee. Scheiße. Hä? Gibt ja. Die andere. Ah. So. Äh. Genau. Sonst noch was? Gucken wir mal. Hm. Okay. Das war jetzt ganz... Da hinten seht ihr auch schon den... Ja, diesen Eisberg. Den haben jetzt mittlerweile schon mehrere Seen da ganz hinten. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt. Auf jeden Fall rechts. Ja. Da hinten... Da im Tunnel hab ich glaube ich auch noch einen gesehen eben. Aber werde ich glaube ich gleich als nächstes Mal vorbeigucken. Was da für ein Schwingel rumrennt. Ich, ich. Und wie ihr seht, bin ich jetzt endlich Level 100 beim Battle Pass. Seit Jahren. Ne. Oh. Scheiße. Ne, war wirklich toll. So. Da liegt noch Holz. Ja, ich wollte eigentlich gestern schon ein Video... Ja, und da rennt er auch. Der ist... Ja. Der... Pass auf, der steht hier gleich hinter. Mal gucken. Hä? Der ist... Hä? Der ist so hier gerade reingerannt. Der ist ja hier rein. Nee. Da hinten. Und... Kein Ding für den King. Nee, äh... Äh... Wo war ich Ding? Ja, jetzt sag ich mal, lässt grüßen. Äh... Ich war dann irgendwie ein bisschen, ja, verpeilt und hab das Video gelöscht. Bevor ich's überhaupt hochgeladen hab. Äh... Ja. Und deswegen... Hatte ich dann überhaupt keine Lust mehr, noch mal eins aufzunehmen. War auch schon spät. Ich musste dann noch zum Training und so. Ja. Aber dafür jetzt. Und... Auch noch ein paar andere News mit reingebracht. Jetzt hab ich aber allerdings... Eine Sache wollte ich gestern... Oder habe ich gestern eigentlich auch mit reingemacht. Aber... Ich weiß es nicht mehr. Äh... Nö, ich weiß es nicht mehr. Ja, gut, ähm... Nö, ich weiß es nicht mehr. Na, egal. Na, hier ist auch... Ach, nee, die ist eigentlich über mir. Ja, die ist über mir. Ja. Äh... Eigentlich brauche ich hier eigentlich nur aufbauen. Die Decke. Na, probieren wir es hier vielleicht. Obwohl... Äh... Egal. Egal. Ja. Ja. Und da haben wir auch die Kiste. Oh, ja. Nehmen wir natürlich die blaue statt die graue mit. Da baue ich mich einfach hier durch. Äh? Oh, da kommt einer. Warum komme ich hier nicht mehr durch? Sonst komme ich da immer nicht durch. Oh. Scheiße, jetzt sind wir weg. Den kriege ich noch. Oh, sag. Der ist hier... Quart ist ausgemildet. Äh? Mann. Mein neuer... Äh, was heißt mein neuer Rekord? Also mein Rekord im Solo ist eigentlich... Also es ist übrigens... Äh... Acht Kills. Das ist nicht so wirklich viel. Äh... Aber... Ja. Egal. Mal sehen, ob war das hier heute toppen. Oder anfangen wir eigentlich nicht schlecht. Drei Kills. Lüsten war jetzt am Bett. Äh... Äh... Hier ist einer. Und ich fliege hier erstmal runter. Geil. So. Das ist unser vierter Kill. Holen wir uns. Ver... Was macht der denn da? Äh... Ja. Treffen sollte man mal. Oh. Ja. Kein Wunder. Hätte ich auch gemacht. Wenn ich nichts dabei hätte. Na, ich weiß. Ich hätte eigentlich mit dem ein bisschen tanzen können. Aber... Naja. Egal. Nun ist er weg. Ja. Dahinten fliegt auch noch einer rum. Glaube ich. Ah... Da ist er auch. Den werde ich mir mal... Nächstes schnappen. Scheiße. Oh, es steht da... Äh... Oh. Ja, das war ein bisschen sehr sehr blöd von mir gespielt. Aber... Egal. Das wäre schon unser fünfter Kill gewesen. Geil. Na, wir holen uns jetzt hier einfach auf den Schattenstein. Und... finden den nicht mehr. Oh, was ist das für eine Grafik hier auf meinem Handy gerade? Warum ist das jetzt so... Äh? Warum ist das jetzt so? N... Packen tut es auch schon wieder. 170er ping läuft eigentlich nicht grafik ja sorry wenn ich bisschen bearbeiten mit das bisschen besser ist sehr blau und wenn ich jetzt hier drauf gucke ich kann selber fast nix sehen ja werde ich auf jeden fall bearbeiten also so gut es geht hier scheint auch keiner mehr zu sein jetzt geht es irgendwie ein bisschen wieder um naja ein bisschen sagen was so liegt an den schatten steigen na egal hier oben sind feit oh ja ihr könnt ja mal in die kommentare schreiben wie ihr so dass schon das ach mensch das neue die mani ja wie ihr so das neue dynamit findet ich finde es richtig geil aber sehr sehr stark auf jeden fall so oben sind feit so werden wir uns mal ein bisschen einmischen und war hier noch neuen rekord für mich schaffen für mich ja war doch nicht doch hier kommt einer geflogen ja also treffen muss ich auf jeden fall noch sehr deutlich ja okay der sieht runter ja toll mann hoffs doch hier nicht rum also das sieht gerade sehr sehr komisch aus vor der 300er egal dem mal den holen wir uns mal das ist unser fünfter kill ja also das war komplett doof direkt daneben gehen ich bringe ich bringe auch aber ich glaube wenn ich den bleiben würde ist noch schlimmer weil der dann noch mehr treffen würde und hier kommt auch schon der nächste naja das war ja der tod kein plan warum die grafik gerade so scheiße ist und dass hier irgendwie grad nicht bei dem spieler ist ich liege hier noch ja beim 100er 170er ping kein wunder so naja ich hoffe es hat euch gefallen lasst gerne einen daumen da auch gerne ein abo ja und dann sehen wir uns beim nächsten video haut rein ciao